ich meine ist jetzt mal so nebenbei eingefallen aber es ist nicht das letzte mal gespielt wo es auch sommer war ich glaube das ist so ein fluch ja ich glaubt ja ich glaube das letzte mal haben wir es auch im sommer gespielt ich glaube das war der eigentliche horror an dem ganzen ich habe chris ist stimme ganz vergessen und guck mal sie haben den grafiker bezahlt um ein paar interessierte programmieren weil es übrigens im williams spiel gerade was erwartet was wir im qualitativen spiel zu was nicht fehlen darf ich werde es tun lasst es uns tun vor allem was ist das für ein move ada wong ist tot legt auf ich brauche mich dass sie nicht im stich erkläre ich dir später finden wir die überlebenden und dann nichts wie weg hier was erkläre ich dir später was machen sie beide da gleich die später wir wollen helfen die leute weswegen die leute hier sind ich verstehe immer nur warum wir auf das gas zu rangen macht spaß klar keine sorge verstehe auch nicht warum wir noch überlebenden suchen im gas hat das spiel jetzt mittendrin alter kannst du mal kann das spiel mal für zwei sekunden aufhören meine kamera zu wechseln nein wonach sieht es aus ich glaube regen wobei ich würde sogar das was die da jetzt haben gerade uns unserer situation hier vorziehen ich meine es sieht scheiße aus aber meine güte immerhin haben sie es kühl wo ist hier RT wo ist noch ganz kalt blüter und toter Zombie hast du es auch relativ bequem oh nein das Mascara verläuft ja ich vergesse immer wieder dass das hier so ein absoluter Bullshit ist ja weißt du wir laufen sowieso die ganze Zeit durch das Zeug also warum es ist dann auf einmal ein Problem die Kacke ist ganz schön am dampfen und das ist noch harmlos ausgedrückt wir sind auf dem Weg zum Turm um nach den Evakuierten zu sehen wir haben draußen einen Wagen wenn ihnen das hilft da an der Seite war die Mist ich finde es ja genial jetzt haben wir endlich mal Militär tatsächlich Menschen die helfen könnten gibt uns auch noch eine Gasmaske nö warum ich weiß nicht weil wir zu bösen Biowaffen werden könnten die Angst essen was ihnen weg kommt ich meine es ist ja nicht so als ob das sehr leicht passieren kann also quasi immer schrei nicht so gleich vor der Tür los oh der hat gesessen und Stechung oh das geile Mungi hey gehst du mal ich kaufe keine Aktien los schnell los was ist denn deine Stimme Verzweiflung I am acting nicht genug bezahlt werden ich habe Praktikanter 50 Zombies reden musste oh nein Angriff der Klone meine Güte ich möchte auch nur diese Magnum Muni also es ist gerade viermal dieselbe Frau reingelatscht kommt schon wieder dieselbe Frau ja diese ist dieselbe immer wieder wie lange kann man das ja auch recht halten das ist die gute schmeiß weg den scheiß gib mir die Magnum Muni wo sind meine Magnum ach da na gut ich gehe dann mal ach kann ich gar nicht hey wir müssen warten bis der Typ die blöde Tür aufmacht Jackix danke dir für das Fahnen hallo der blöde Typ ist hier ach ach ja ich erinnere mich jetzt du hättest locker mit uns durchgehen können wir haben allesamt Waffen so ach ja guck mal jetzt rennen wir wieder durch das Zeug ich meine offenbar wirkt das Zeug erst sobald du wirklich erschreckende Mengen eingeatmet hast also nachdem du das Zeug literally getrunken hast also wenn du dich dringend gewälzt gebadet und Sex mit ihm gehabt hast genau Tachi ist Sperrgebiet für Sie Rückzug warten Sie auf weitere Befehle was aber Echo Team ist noch da Sie brauchen uns Rückzug das ist ein Befehl wir dürfen niemanden mehr verlieren oh ja ändert euch hier dran geilster Moment im Spiel wo man einfach nur da sitzt und wartet während man sich technisch gesehen schon Butterbrot machen kann hey aber er hält wenigstens am Stopp Schild Sie wollen uns umzingeln wir müssen los ich hab's nicht ab sie wollen uns umzingeln es sind Zombies doch so einen verschissenen Militärpanzer was sollen die machen sich dagegen schmeißen es ist gar kein Panzer das ist ein Humphi ich kann jetzt grad nicht auf mein Menü zugreifen ich kann jetzt grad nicht auf mein Menü zugreifen aber ich ertrink literally auch das ist total gefährlich oh er hat die Scheibenwischer zerkratzt nö die Scheibenwischer sind da drüben er kam nicht mal in die Nähe davon ich find's vor allem grad geil weißt du ich hau mit zwei Fingern so leicht auf meine Tischkante like this und schon ist auf einmal Tastatur auf Tastatur geändert wir sind eigentlich immer noch mitten in dieser scheiß Gaswolke die sind immer noch in dieser Gaswolke mein Freund die sind höchstwahrscheinlich mega tot oh guck mal Gaswolke oh guck mal hinter uns jede Menge Gas ich meine wie stellen die sich das vor ich setz euch hier ab ihr habt keine Schutzausrüstung die Gaswolke kommt auf uns zu es ist Gas es ist höchstwahrscheinlich schon längst in der Atmosphäre in der Luft meine Güte es ist gasförmig nein nein das muss an dem gekennzeichneten farblichen sein ah ja das weiß ich nicht ja weißt du ich glaub ich krieg einfach einen leichten Hitzekoller ich glaub das ist die Tatsache ich mein ein gutes Herz wie gesagt mir tut nicht mehr der Arsch weh doch wieder weißt ja ich find's immer schön sobald wieso gibt man Leuten so einen Führerschein Karin wie die hat man im Endeffekt auch rein weiß in die Luft gejagt der ist nicht so durch die Luft geflogen weil die und hat es da schon nicht interessiert auf Shit Schlamm catchen mein Lieblingsspielzeug okay sie ist tot ist sie tot? ist sie tot? ist sie tot? ist sie tot? ach scheiße sie atmet noch na los ich helfe ihnen los holt trag mich na trag mich geh und trag dich selber nein trag mich ich kann nicht weitergehen trag mich endlich eine kompetentene Frau okay frag ich kann wieder ja ich wollte gerade sagen ignorieren wir jetzt diesen Zombie der genau vor uns steht witzigerweise passiert auch oft genug dass er ihn noch in der Animation schlägt wenn du mit NPC spielst kann es tatsächlich passieren es wundert mich nicht mal weißt du es ist ein guter ich dachte das Produkt ich lebe weil ich in einem schlechten Spiel bin ist ja noch irgendwas nö ich bin meine ganzen tausend Quicktime Events welches Kapitel wir sind im letzten also 5 1 5 2 5 whatever sie dir an was sie dem armseelenlosen namenlosen Soldaten angetan haben oh ja der golden strahlt wir mit ihm erlebt haben zum Beispiel das eine mal im Tutorial wo wir ihn angucken und uns denken oh der arme Mann nicer sidestamp dude let me punch you ach schade ich nehme deinen Kopf aus der Tür ich habe nicht mal gesehen dass da was ist oh hi erst mal ein bisschen Zeugensorgen oh Sprengstoff na gut kein Sprengstoff ich meine was ist doch hier das Problem ich habe so viel zum Ballern da wird einem schlecht bei so viel Pistolenmunition die könnte ich kotzen jetzt kriege ich nur noch diese MG Munition ich mag die MG nicht mal erfüllt ihr uns weg einfach mal reinballern gut schon anhauen ein bisschen Munition äh Pistolenmunition wegknallen wie Kneifröscher an Silvester hey I will kick your deck oder deinen Kopf irgendwie dead he dead he dead now das einzige was ich nicht habe ich habe gar keine Herbs mehr also gar keine Tic Tacs ich habe es auf in Herbs echt ich habe es auf in Munition ich kann nicht immer Tic Tacs herstellen weil ich gerade voll bin ich bin immer noch Helena ich bin nicht Chris danke dir Chris war fliegen gehen sie geradeaus weiter du meinst ja ja gut wenn du meinst oh Hatcher oh critical ich bin kein Spar-Abo ich vermisse einfach dieses Upgrade System aus dem vierten Teil generell irgendeine Form von Upgrade und ich finde es random alter der ist auf dich gefallen holen nicer move egal oh hohe da oh Michael Bay oh 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 it's cool nee nee einfach irgendeine Art von Upgrade System weißt du irgendwie dass die Pistole mehr Schaden macht oder hast du nicht gesehen generell eine Möglichkeit um deine Knarre zu personalisieren ja eben sowas das Glas danke für den Bett und meine hier Kürze ist es zu alt unterwegs an die Birne geworfen hierher einsteigen auf geht's ab geht's danke random soldier nummer 9 so wie das 10 random soldier nummer 9 alter hol du hast da was ich hab gesagt du keine Haustiere da kann ich nix für das ist wie Tripwater das hast du einfach am Sack ja über fünf Ecken könnte man's jagen hat er jetzt gerade einen Asiaten als Tripper bezeichnet vielleicht maybe da sind wir auch alle scheiße da musst du dir keine Vorwürfe machen das passiert den meisten mit der Frau im Kopf da kann ich die total verstehen Junge ich krieg ihn nicht hoch das Problem hat er ja schon beim Flugzeug und wir haben die ganze Zeit hinter ihm und hatten mit dem Sohn gekriegt richtig ich möchte nur mal kurz fragen wer hat gemeint dass das eine gute Idee ist so deutsch zu synchronisieren hi na Schnuggi schütz ihn doch einfach rum ja ich versuch's aber ist ein bisschen anhänglich jetzt nicht mehr wir mussten Schluss machen weißt du komm kriegst du ihn nicht hoch oder mach die mit jedem anderen rum vor allem sag mal ist die Katzchen gerade bei dir auch so merkwürdig ja wenn die Kamerafahrt so ein bisschen ändert dass denn das Bild ganz kurz stehen bleibt ja das sind terrible programmierte Katz die Zeit ja und die waren früher mal besser ich glaub die haben es zu Tode versucht zu optimieren da schon wieder das war jetzt gerade ein Kontrollpunkt well Also, hunderte Zombies samt einem zerstörten Helikopterhunden, muss man sich merken. Ja, definitiv. Da ist bestimmt Loot. Oh, also ich sehe da das eine oder das andere hier. Alter. Hahaha. Loot, noch ein Loot. Er kennt die Kisten gar nicht, weil die aus Schatten bestehen. Oh, warte mal. Kraut brauche ich dann aber doch. Sturmgewehrmund jetzt. Ah, rotes Kraut, das bräuchte ich eigentlich. Äh, Munition. Vielleicht noch irgendwas. Nope. Nope. Hier kann ich noch eine reindrücken. Nope. 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 Ah, die gute brauche ich aber. Ach, fuck that shit. Fuck that shit, I'm out. Lieber ein paar Tic Tacs. Ach guck mal, kann ich ja wieder aufnehmen. Für das gute Sturmgewehr. Ja. Ich hasse das Sturmgewehr, ey. Verziehenes Stück Scheiße. Ach, jetzt plötzlich schnell, aber vorhin beschweren, weil ich ihn nicht hochkriege. Ich kann, bei mir kommen diese Befehle nicht mal an. Bei mir war gerade totale Silence die ganze Zeit. No shit. Gut programmiert. Ja, irgendwas ist faul. Sie haben Alpha-Voltz gesetzt. Oh ja. Guck mal, wie wir da nicht lang können. Oh mein Gott. Es ist nicht so schwer, ein Brett dahin zu programmieren. Oder irgendwas, das im Weg liegt. Ein Brett, eine Bahn, eine Leiche, was weiß ich. Mein alter Mathelehrer, irgend sowas. Oder ganz klassisch Feuer. Oder ganz klassisch Feuer. Aber nee, weißt du einfach, du darfst doch nicht lang. Alpha-Voltz. Du hast es noch aus dem Tutorial gesehen. Denn du musst da runter. Nani? Noch nicht genug? Crazy 6 ist ein faules Spiel. Oh Gott, das Klasse, da hast du recht. Er steht da auch wie so ein Gollum, ey. Aber die Hose sitzt noch immer wie eine Eins. Äh, 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 äh. Ich frag mich jetzt schon, wie zum Glück kann er sie eigentlich sehen. Der Scheinwerfer brennt ja nur dezent. Ja. Ja. Ja, und durch das blöde Random-Bloody weiß, dass Bosse immer zu besonderen Monstern macht. Dir wird sie niemand vermissen. Wow, Lian, deine One-Liner waren auch schon mal besser. Nein, das war ein total geiler One-Liner. Und nun seht ihr gerade den einzig legitimen Boss, den ich akzeptiere. Ja, it's a funky, fucking zombie T-Rex. Sekunde, Sekunde. Motherfucking T-Rex. Der einzige Boss, den ich tatsächlich akzeptiere. So, willst du ihn auf die Schnauze hauen, oder? Mach du mal. Oh, ich will mal. Ja, du stehst gerade. Ich hol mir die, ich hol die Kisten. Das ist immer du ihm mal eine. Pech hier. Oder so. Der hat mir, du hast gerade die Anzeige nicht vorgegeben. Ich geh's gar nicht auf. Ich wollte gerade sagen, dass du... Genau, die hauen mal lieber ein bisschen. Ich hau es rein, oder? Ja, aber ich will nicht. Oh, Grünkraut. It's T-Rex. Motherfucking T-Rex. Okay, der Kontrollpunkt rettet mich gerade. Motherfucking Auto. Nein, das... Nein, da ist Kraut. Meine Güte. Ich wüsste jetzt mal ganz gerne, aus welchem Grund der Typ er überhaupt ist gerade mit der Stunt-Einlage. Ja, kein Kamm, ohne dass er weiß, was abgeht. Ja, kommt an sein Motto. Ist das ein T-Rex? Hey, ernsthaft, ich kapier's gerade nicht. Der kommt hier rein mit dem üblichsten Stunt ever, schwer bewaffnete Karre. Na, aber keine Ahnung, was abgeht. Ja, ist das ein Zombie-T-Rex? Scheiße, die Haut abgebogen, voll da ich ein Autofilm machen. Da kommt der. Achtung. Fett und Furios. Ja, würde ich ja. Wieder in die Cutscene hält mich auf. Der Klassiker. Tja, in Rush Hour 3 spielt der nicht mehr mit. Oh, der Tote, man hat noch mal geschwiegen. Wie kommst du drauf? Versuch's doch jetzt mal. Ach so, er muss erst mal sein gequält genug werden. Ah, ich könnte jetzt... Ah ja, gib ihm! Hau ihn! Hau ihn, du kannst das! Weißt du, die kleine Diebe muss erst noch sein Stunt einladet bringen. Das gefällt dir auch. Nee, Sprengstoff ist Blödsinn. Ach, ich weichhalte lieber Feuergranaten. Wenn er mir nicht ständig seinen Schwanz durchs Gesicht ziehen würde. Uh, Freud. Lautes Mistvieh. Bäh! Hi! Was will denn die Tür? Hast du den T-Rack schon wieder nicht mehr gedacht? Ich schieße mal ein bisschen mit meiner Hydra. Netter Wurf. And he's out of the park. Und jetzt hast du ihn wieder. Yay! Boom! Boom! Schauen wir mal Juken! Ich will euch töten! Oh, Niken! Oder, 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 oder! Du kannst das! Ich verstehe zwar nach wie vor nicht, wie ich das effektiver sein soll, als tausend Kugeln, die man reinjagt. Tausend Kugeln oder alles Mögliche. Ich meine jetzt mal wirklich Real Talk. Also, wenn du jetzt in der Situation wärst, so ein Feefurt, ja was. und schon zig Magazine reingeballert hast. Wie bringst du so viel, muss ich sagen, mir zu denken, ich geh jetzt drauf los und prügel drauf ein. Das wird's bringen. Da ist keine Munition. Ich versuche hier gerade jemanden umzubringen. Verdammt! Was willst du mit dem Messer? Gibt's Kuchen oder sowas? Nani? Wo ist der Raketenwerfer? Kommt noch. Noch sind wir ja nicht durch. Glaubst du ja wohl nicht, dass das der Final Boss war? Ich bin der Aufzug. Es könnte jetzt so einfach sein. Jagt dem Kerl noch fünf Kugeln ins Jahr. Los geht's. Lian weiß es, er denkt sich so. Ich weiß ganz genau, es endet immer mit einem Raketenwerfer. So, das war's noch nicht. Ist es vorbei, Lian? Haben wir nur einen Raketenwerfer gehabt? Nein. Dann war's das auch noch nicht. Ich glaube, können wir nicht in den Kopf schließen? Nein. Nein. Das muss ein Raketenwerfer sein. Vor allem, ich wollte das Zeug da uns noch mitnehmen. Und eine andere Sache, wie oft heißt es immer, Aufzug im Brandfall nicht benutzen? Es brennt ja nicht, es ist explodiert. Es brennt nicht, es explodiert nur. Das da drüben muss brennen. So, jetzt brennt's. Aber jetzt können wir den Aufzug auch nicht mehr benutzen. Siehst du? Also... Es ist akkurat. Ja, Aufzug im Brandfall nicht mehr benutzen. Wo kommt jetzt der andere Aufzug her? Gucken Sie lieber nicht runter. Oh, hi. Ich hab noch so'n Genick. Oder sieh wieder. Ich hab so'n Helden da gehabt. Jeder andere wäre jetzt tot. Ach ja. Wie gut, als wir haben keine 10 Kugeln in diesem Projekt haben. Der Feind... Er schießt mit Nudeln. Nein, Mann. Es forgett ihr uns. Der Kampf ist voll unlogisch. Da ist Agent nicht mit bei. Der steht irgendwo und filmt es. Okay, wegklettern mal weiter. Schnell. Hoppa. Oh, sei nützvoll. Okay, dann. Okay. Genug geklettern. Ist erledigt. Sei mal los. Oh, der Nachbar. Der Nachbar. Achso. Äh. Piu, piu. Ich kann nicht mal ein bisschen Munitionfall loswerden. Äh. Hast du denn Freunde? Nee, ich. Nee. Was ist denn? Ich kann nicht. Helena zappelt so sehr. Nö, nö. Agent wird die Game-Kamera gerade. Wahrscheinlich. Es ist, äh, ne, es ist Agent. Agent macht sowas immer. Er ist also ein Lakitu. Er ist immer die Dominanten. Er ist voll, wenn ich mir das Kameran war. Äh. Lol. Oh nein, nein. Ich hab schon wieder sowas im Genick. Ja, Gott. Erst mal dein Genick lecken. Also vor allem diesen Scheiß hochhacken. Erst mal in dem Genick rumtrampeln. Danke dafür. Kein Problem. Immer diese Dominakomplexe hier. Und warum falle ich immer? Hören Sie mich. Schießen Sie jetzt. Ah. Schießt überhaupt? Oh, oh. Ich hab Leertaste gedrückt. Hi. Ich will dir ja helfen, nur, ne. Willst du mir ins Genick springen? Ja. Ja. Weil Drop tickt das Vieh oder sowas. Ach. Ich glaube, es wirkt total toll, wenn du einfach auf das Ding draufhältst und irgendeine zusammen total romanisch in den Sonnenuntergang abhaut. Ich kann nicht mal was machen. Ich kann einfach nur zu dir runtergucken und sehen, wie dieses Vieh da rumpimmelt. Und du versuchst langsam aber sicher hochzukommen. Okay, keine Lust mehr. Ich bin tot. Na, knackarsch. Elena! Elena, ich brauche Deckung. Leon! Ach, meine Güte. Okay. Hören Sie mich? Oh mein Gott, lass mich nicht wieder allein. Diese Bekloppte verfügt mich die ganze Zeit. Hör auf zu sabbeln. Oh Gott, er nennt mich Liebling. Tu was dagegen. Ja, das kann ich vergessen. Ich will keine Spaghetti. Spaghetti. Ich wäre eigentlich tot. Ich habe nur die Augen entspannt. Einschlafen bei der Arbeit. Könnt ihr mal aufhören, da unten rum zu pimmeln? Weil sie es nicht bemerkt haben. Diesmal es mag eine Zukunft. Gibt es hier irgendwie Munition für mich? Naja, Zombies. Hier sind keine Zombies hier oben. Hier sind Kisten. Nö, nö. Oh nein, Captain Spaghetti-O hat mich angegriffen. Das ist klar, danke für die Bits. Oh, noch mehr Kisten. Noch mehr Loot. Hi, Simmons. Hi. Du bist ja wohl kurz klar gekommen, oder? Ich habe ihn gerade mit wachsender Begeisterung in die Fresse. Ja, das ist ja gut. Ah, geil. Neues Sniper-Loot. Uh, Loot. So viel Loot. Ich halte mal von hier oben in der Magnum drauf, ne? Ich habe gerade ein paar Schuss über. Ich finde, dass ich mal die Pistole loswerde. Ja. Das Problem ist, auf die Distanz ist, Pistole mal ein bisschen in der... Ja, jetzt hau ihn einfach mal. Gib ihm einfach mal ein auf den Kopf. Ach, er muss ja erst mal sein Diva-Garabeln loswerden. Erst mal sein Zeug. Ach ja, hat er jetzt gerade nur gesappelt und ich habe nicht mal die Option bekommen. Danke. Vielleicht habe ich ihm ein bisschen zu viel Schaden gemacht, als ich gerade mit einer Magnum draufgehalten habe. Nö, das war einfach nur schlecht bekommen jetzt. Oder so. Oh, nein! Don't you dare die now. Bitch, please. Ich verbrückel Tyrants mit einem Messer. Oder ein Motorrad. Ist nicht das. Man kriegt nicht immer, was man will, Simmons. Oh, ja. Nein. Nicht die Nadel. Ich finde es ja echt schön, wie große Umschuhe mittlerweile ein Teil seines Körpers sind. Ja. Wie hat er einfach nicht hilft, wie ich einfach mit meinem Sniper draufhalten musste. Alter, das tut ein bisschen weh und ich komme bestimmt noch mal wieder. Ist es tot? Vielleicht. Ja, ich guck nach. Was willst du? Was willst du? Warum hilfst du uns? Wir haben hier ihre Datenschutzrechte überprüft. Stell dir mal vor. Jetzt machst du uns dein Handy auf. We updated your policy. Worauf warten Sie? Ach, gehen Sie hier nach. Du blöde Kuh. Wie? Nein. Wie? Wir bleiben zusammen. Erklär mir bitte, wie ich das jetzt machen sollte. Gehen Sie hier nach. Habe ich ein Crappling-Happen im Arsch, oder? Benutzt deine abgegradeten Privacy-Policies. Ich habe das Recht, die Gravitations-Ignorieren, oder was? Andy, danke für den Raid. Killer Queen. Jetzt will der sich auch noch an uns am Leiter kötzen. Du Elender. Ich merke schon. Die Kampagne haben wir da jetzt fast fertig. Die Kampagne haben wir da jetzt schon länger hier, oder? Da habe ich doch schon länger hier, wenn wir es erreichen können. Nönie! Okay, mir hat aufgefallen, dass der Boss nicht getötet wurde. Ja, eben. Transformers. Zombies in the Sky. Sieht scheiße aus und macht keinen Sinn. Transformers. Transformers. Riecht nach Fleisch. Ist ein langweiliger Boss. Ihr werdet gleich sehen, warum. Er gibt wohl niemals auf, oder? Da ist er, Jin. Moin, moin. Ich meine, kommt jetzt schon der Part, oder kommt er gleich erst noch? Jetzt müssen wir sorgen, dass wir an ihm vorbeikommen. Ich wollte gerade sagen, irgendwie war doch da was. So, jetzt fressen sie ein bisschen an ihm. Nö, ich stinke. Aber es ist echt geil, wie seine Frissur und sein Zwiegenbärtchen perfekt sitzen. Und seine Hose. Vor allem die Hose. Und zumindest denken sie so, nimm mich jetzt auf, wenn ich stinke, denn sonst sage ich winke, winke und goodbye. Ah, shit. Doch, doch, sie nehmen ihn hart. Äh, fuck this. Oh, das sieht so lecker aus. Ist er weg? Ist er weg? Ich dachte, wir lassen es mal auf. Sind alle Simmons weg? Oh, die deutsche Synchro ist schon something. Wenn es nur an der Synchro liegen würde. Ich meine, ne, die Synchro an sich ist, oh. Also, ich habe ja damals das LP mit der deutschen Synchro gemacht. Und das, die, die englische Synchro klingt ja noch richtig gut eigentlich. Aber, die deutsche Synchro, holla die Waldfee. That's the something. Sie haben sich halt Leute geholt, die tatsächlich sprechen könnten, aber so absolut gar keinen Bock auf die Rollen hatten. Sie haben sich Leute geholt, die sprechen können. Sie hätten sich auch Leute holen können, die nicht sprechen können. Naja, also vom Cast haben sich ja wirklich Leute genommen, wo tatsächlich auch bekannt sind und gut sind. Und, aber du merkst halt wirklich, die hatten absolut keinen Bock auf dieses Spiel. Oder wurden einfach nicht gut genug bezahlt. Probably that. So, man hat Sherry eigentlich nachher dasselbe Problem, dass ich ständig die Kamera, also die Schulterkamera ändern muss. Ja. Hoch mit ihnen. Nerv. Das geht mir so auf. Willst du lieber Jake sein? Na. Ich meine. Aber du kannst einen Autofilm machen. Ja, ich kann einen Autofilm machen und ich kann den fucking Ufter nackt prügeln. Alles okay. Also win, win. Ich kann damit leben. Ja. Verstanden. Na, verstanden. Alter, ist sie sauer. Irgendes Brutal, was? Okay. Oh nein. Nimm die Fliege weg. Oh, destroyed. Oh, ich habe solche Angst. Solltest du auch, denn es ist die Fliege. Ich glaube, ich bin auch dabei. Ich glaube, wir müssen jetzt eh erst durch, oder? Ja, du musst mich mit dem Kahn rüberholen. Mit dem Kahn? Oh, hier. Oh, oh, warte. Okay, warte. Ich verstehe. Kannst du noch ein bisschen? Ich habe noch maßig, Munmi. Ich habe hier nämlich gerade ein bisschen Besuch. Ich will catch my code. Wir sehen nicht so, als ob das Vieh irgendwie nah raus verbauen wäre. Aufgespießt. Okay. Mann. Und zack, zack. Hey. Halt doch mal runter jetzt. Hey. Hey. Gespläht. Was ist? Öfter machen, oder reicht das jetzt einmal? Oh. Wow. Warte mal, guck mal. Oh, shit. Ja, ich muss das häufiger machen. Moment, ich kümmere mich herum. Ich dachte, einmal reicht. Oh, die Mücke ist so blöd zum Fliegen. Wenn sonst sage ich, winke, winke und good bye. Bin mir mal ganz ehrlich. Ich glaube, irgendwie haben die in der Reihenfolge von den Bossen Scheiße gebaut. Ja, also. Denn am Anfang kriegst du einen Motherfucking T-Rex. Und jetzt kriegst du fucking Mothra. Ja. Mothra und Scheiße. Bei mir ist das Ding gerade weggeglitscht. Original bei mir genauso. Ja, echt jetzt? Bei mir ist das Ding kurz verschwunden. Mittlerweile haben sie den Netzkotor und dem Ding echt zu Tode gearbeitet. So viel zu optimiert. Uh, Magnum-Munition. Ja, ich habe hier ein bisschen was. Musste hier ein bisschen ballern. Man merkt es. Da waren so ein paar Leute, die waren ein bisschen anhänglich. Also habe ich ein bisschen draufgehalten. Ja. Aber so leid mir das ja auch immer wieder tut. Aber an manchen Stellen hat Resi 6 aber auch einiges verbessert. Ein paar Sachen muss man leider eingestehen. Nenn mir fünf. Kisten aufmachen. Ist um einiges cooler. Ist einfacher. Wenn das ein Feature ist, das dein Leben verbessert. Ja. Das ist so eine Sache, nämlich in Resi 4 immer ein bisschen. Es war kein großer Störfaktor, aber... Ein bisschen gepornischt halt. Jam, 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 jam. Ah ja. Alter, wie viel... Nur mal so nebenbei, wie viel für diese AK-Munition kriegt man an sich hinterhergeschmissen. Zu viel. Ha. Fanda! Ich frage mich noch heute, mit was für einem Mechanismus eigentlich das Ding da zu bringen zu leuchten. Der Blitzerbleiter. Der Blitzerbleiter. Absorbieren, ein schöner Schlau. Lahnbagger. Fanda gar. Stimmt ja. Stimmt ja, du musst die Leute, genau. Das habe ich ja ganz vergessen. Und dann muss man ihm irgendwie noch... Oh, hi. Lass mal Leute nachdenken. Leon, Achtung! Die können dein Glatt aufschließen. Dropkick! Bobbick. Zack. Fanda gar. Alter. So, hol dir ein Leckerli. Komm, hol dir doch... Hol dir doch ein Leckerli. Wow. Wo bist du denn jetzt gespawnt, Kumpel? Zandaka! Äh... Hätte er immer noch nicht gefrühstückt. Da müssen wir erst mal nennen die Birne. Und dann dein Hakel! Essen! Dann heftiger Zufall, dass es jetzt so ein Gang-Gewitter-Strahlende-Sonnenschein sein könnte. Ja, ne? Ich meine, ich stelle mal vor, so ein Final-Boss-Fight mitten im Sommer. Sonne! Ach, das war's schon mit der Phase? Toil, cheesy. Hat sich total gelohnt, diesen Boss wie Kaugummi zu strecken. Mhm. Aber das Problem haben die ja leider Gottes mit jedem Boss. Jetzt hier in Resi-6, oder wie? Ja, den möchte ich gern Kettensägen, Mann. Oh nein, nicht der Mega-Bionicle. Doch, der Mega-Bionicle. Der so super unbedrohlich ist, weil er absolut nicht tödlich ist. Aber er kommt 20 Mal vor. Yay! Uh, was ist das denn? Ey, Resi-5 war auch nicht in der Sonne. Also, das gesamte Spiel war in der Sonne, aber... Der Final-Boss war ein Vulkan. Da hat's sogar gerechnet, glaub ich. Arsch! Ist dasselbe. Es war nicht Frankreich. Gib ihm! Näh. Näh! Näh! Auch mal, auch mal! Schade. Nein, Helena darf nicht. Nein, Helena darf... Ich hatte das Ding, aber... Du warst nicht gut genug. Ah! Ihr könnt mich vielleicht umbringen, aber ihr kriegt niemals meine Hose! Und das tötet ihn auf einmal. Ich begreif's auch nicht. Seit haben sie den Punkt erwischt, wo sein Selbstwertgefühl drin steckt. Ich versteh's nicht, wieso tötet ihn das jetzt auf einmal? Weißt du, wir haben ihn ja nur gerade mit dem Raketenwerfer beschossen. Er hat mehrere Blitze abbekommen. Aber das... Genau durch die Mitte. Wenn er Glück hat, trifft es nicht mal ein lebenswichtiges Organ. Nein, es war jetzt gerade sein Rückgrat. Was haben wir vorgemacht? Wir haben ihn vor den Zug geworfen. Wir haben ihn in die Luft gejagt. Wir haben ihn flambiert. Wir haben ihn hoch, raus, runter geworfen. Aber das ist auf einmal... Das ist sehr tödlich. Ich glaube, er ist einfach mal allergisch gegen Säulen. Entweder das, oder es ist eine einzige Schwäche zugeschlagen. Die Gehenlosigkeit der Entwickler. Boah, geil, ich hab den Raketenwerfer noch, aber ich hab keine Munition dafür. Ich nimm alles zurück. Hast du gerade wirklich deinen Random-Schuss verballert? Ich hab gedacht, ich hab keine Munition drin. Ich hab mich einfach abgedrückt, weil kommt die Rakete. Fuii. Oh nein, mein Schminkköfferchen. Meine Haare sitzen immer noch perfekt. Geil. Da, schmink dich. Siehst scheiße aus. Wir haben deine Privacy-Policy geändert. Leon, das sind... Beweise für Simmons' Schuld. Random Fotos. Somit für Ihre Unschuld. Unsere Unschuld. Ich brauch das nicht. Ich brauch das nicht. Ich brauch das nicht. Kriegst du nicht. Gute Nachrichten, Leon. Wir haben einen Weg gefunden, in die Wurst zu besiegen. Guten Tag, haben wir Ihnen schon erklärt, dass wir Ihre Policium geändert haben? Wir kommen zurück. Dann los. Wir wollten Sie nur darauf informieren, dass wir Ihre Privacy-Policy überarbeitet haben. Sie wissen schon, das Gesetz, was niemanden wirklich kümmern wird. Mäh. Mensch, ein Glück, das lehnt Flugstunden genommen hat. Ja, eben. Jetzt fliege ich. Ich bin dran. Warum auch immer du plötzlich fliegen kannst. Ich kann fliegen. Ich hätte gerne eine Erklärung dazu. Ich fliege. Komm dir nicht mit, ich erkläre es dir später. Jetzt werde ich dir später. Ich lasse ihn so sehr. The End. Oder vielleicht auch nicht, erkläre ich euch später. Rein theoretisch müssten wir schon immer noch tot sein, weil die Scheiße immer noch in der Luft hängt. Aber hey. Ja, ist immer noch Gas, ne. Ist ja nicht so, als ob der Virus nach einer Sekunde aufhört zu existieren. Eben. Aber hey, harte Hunde, die in einem Meer aus versuchten Zeug umschwappen können. Oh, mein Gott, ne. Ist wie Sommergrippe. Geht weg. Konnten wir den Scheiß echt nicht skippen. Ich kann's nicht. Oh, wir können's. Yes. Yay. Ich hab nur gerade die richtige Tasse suchen müssen. Resident Evil 6 wäre jetzt ein Ende, wenn Leon nicht fliegen könnte. So einfach so. Ich hab keine Ahnung, wie man fliegt. Kannst du fliegen? Agnäle später. Agnäle später. Ich bin nicht durch die Luft, sondern durch irgendwas anderes. Es ist noch eine Zeit, dass ich Verantwortung übernehme. Ich hab ne bessere Idee. Vielleicht überträgt sich der Virus auch nur auf dumme Menschen. Die Theorie ist schon mal für den Arsch. Ich meine, guck mal, wer überlebt hat. Dankeschön. Good point, though. Wieso redet der Typ grad mit seinem Handgelenk? Und wieso haben wir nur eine Art von Klamotten? Hier, have a gun. Nein, du missverstehst du mich. Du bist nicht mehr im Dienst. Du sollst dich selber abknallen. Mach den Metal Gear Solid 4. Aber bitte nicht in der Stunde als Kratz ihn. Am Ende kommt einfach Claire vorbei, rollt mir den Augen, knallt sie ab und geht wieder. Und sagt, er hält Leon noch eine Standpauke. Und Leon denkt sich... Komm, wenn ich mal nicht grad nimmst du die erstbeste Schlampe mit, die sich als mich verkleidet. Arschloch. Ich meine wirklich, man hätte... Man hätte all diese Charaktere nicht einbauen müssen. Vor allem hat man so stur versucht, sie irgendwie auf Claire zu stylen in ihrem Zweitoutfit. Ja, ich meine... Ich meine, gehen wir es mal durch. Was könnte man als Ersatzcharaktere einfügen? Also bei Leon Claire, das ist klar. Sherry ist K. Sherry könnte man wieder mit Billy. Können wir mal mit Billy zusammenpacken. Mal gucken. Also in dem Zeitraum, Jill wäre frei gewesen. Stimmt, Jill wäre frei gewesen. Könnte man Pupsi für ersetzen. Man hätte sogar irgendwas mit fucking Kados machen können, dass der mal irgendwie involviert wird. Ja, man hätte eine Menge machen können. Selbst bei Ada hätte man was machen können. Da wäre einem bestimmt auch noch... Jetzt kommt Resi 7. Das Spiel fassen ich mal mit der Kneifzange an. Also für Resi 7, da muss schon der Rubel rollen. Und dass ich dir das antue. Du willst dich also käuflich machen. Du, ich mache einiges für Geld, you know. Oh, guck mal. Die will ich klar, das wäre das besteste Game der Welt. Und wenn ich mich dann dafür auch noch über Resident Evil 7 auskotzen darf. Holla die Wahl, Fee. Ja, aber dann hast du ja eine eigene Meinung. Das geht ja nicht. Entweder wirst du gekauft oder gar nicht. So machen wir das nicht hier. So, ne? Resident Evil 7 oder ich, ne? Knall haltens. Ich knall's. Ne, oh Scheiß. Ich hasse Resident Evil 7. Das ist einfach... Ich würde sogar lieber Resident Evil 6 weiterspielen als Resident Evil 7. Das Problem ist halt leider auch, wenn viele gute Ansätze drin ist. Bis auf so zwei, drei kleine Details. Und die Tatsache, dass sie eine Figur Chris Redfield nennen und Umbrella draufsteht. Es ist kein Resident Evil. Es könnte jedes andere sein. Es könnte jedes andere Horrorspiel sein. Da hast du null Wiedererkennungswerte, was heißt, okay, Resident Evil Lore. Ich meinte, da musst du schon mit dem Easter X irgendwas suchen, wo du merkst, okay, das könnte Resident Evil Lore sein. Ja, guck mal am Ende. Die Waffe, die du aufsammelst, heißt Albert. Oh Mann. Ja, nicht mal. Zum Beispiel liegt noch ein Zeitungsartikel rum von einer Figur aus Outbreak, wo Reporter ist. Musst du aber auch erst mal gespielt haben und kennen. Ja, Outbreak war doch einer der Spin-offs, oder? Outbreak war einer von zwei Online-Teilen. Ja, guck mal einer. Also im Prinzip, es war halt mit eingebautem Koop, also wahlweise mit NPCs oder halt damals über Playstation Network. So, jetzt ist aber erstmal die Frage aller Fragen. Ja? Welche tun wir uns jetzt an? Machen wir wirklich... Ich bin echt dafür, wir lassen Chris weg. Ich möchte wirklich, wirklich die Chris-Kampagne nicht machen. Ich kann's verstehen. Ich kann's verstehen. Ich meine, die Chris-Kampagne möchte ich wirklich, wirklich, wirklich nicht machen. Also das Ende ist fucking schrecklich. Es ist einfach so ein Timing-Scheiß. Und nee, I don't want... Ich wäre bereit, mit dir Jake und Ada zu machen, aber Chris, da weigere ich, da stelle ich mich quer. Ich wäre tatsächlich für ein bisschen... Ja, Jake macht sogar noch... Die Kampagne macht noch halbwegs Spaß. So, ich kann nicht glauben, dass ihr es gesagt habt, aber sie macht halbwegs Spaß. Also im Vergleich zu dem, was wir auslassen, ja, es macht Spaß. Die bei Chris ist... Die Chris-Kampagne. Also wenn ich Call of Duty spielen will, spiele ich Call of Duty. Vor allem mit diesen Fliegeviechern und... Leute, ich bin dafür, wir machen die Jake-Kampagne und die Ada-Kampagne und wir tun so, als ob die Chris-Kampagne nicht existiert. Ich hab gegoogelt, der ist drin. Wir machen Jake, come on.